Okay, genau. Gut, da wir in der Halle sind, genau, normalerweise in der Kirche spielen wir durch, aber wir machen jetzt eine kleine Pause. Es gibt schön Regen draußen. Komm, lass uns mal ein Liedchen machen. Wir sind in Magdeburg und es regnet draußen, aber es ist fast wie Schnee. So fast wie Schnee. Täusche euch nicht. Hier in Magdeburg sieht der Schnee anders aus. Das ganze Jahr in Magdeburg. Als wir reinkamen, ihr begrüße uns laut wie Schnee. Schön wie Schnee. Das müsste eigentlich man aufnehmen. Könnte man aufnehmen? Ach, meine lieben Damen und besonderes die Herren, ihr seid schön wie Schnee. Ach, schön wie Schnee.